Einen wunderschönen guten Morgen. Wir durchleben gerade eine goldene Zeit, die goldene Zeit der später Lesendienste. Insbesondere stechen dabei die Ups Meta und der Reader von Readwise hervor. Zu behaupten, dass ich mir die beiden Ups mal angeschaut hätte, wäre eine absolute Untertreibung. Nein, ich lese dort gerade so viel wie schon lange nicht mehr.